So, guten Morgen, willkommen zurück zu Projekt Nomads. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles mit meiner neuen Grafikkarte immer noch. Man weiß es ja nicht. So, wo war ich denn? Ich war hier. Und wenn Delfino mich nicht angelogen hat, dann haben wir Sachen mit J. War es nicht J? Hat er nicht J gesagt? Ähm. Moment. Ähm. Nee. Funktioniert nicht. Kannst du ablegen, musst du J drücken, du Spass. Funktioniert fast schon. Gut. Ich habe keine Ahnung. Warum glaube ich Delfin überhaupt? Er will nur, dass ich mal hinspiel. Er lügt. So, ich hoffe, dass die Aufnahme funktioniert. Nein, alles kaputt. Ich speichere besser auf einen anderen Slot. Ähm. Besser ist das. Ich habe so viel Auswahlmöglichkeit, wo ich lang gehen kann. Der Wahnsinn. Ich mag ja nicht lineare Spiele. Ähm. Aber vielleicht finden wir noch irgendwas, dass wir dann nicht mit... Moment. Ich finde nur labert scheiße, wenn der den Mund zu hat. Kann auch nicht jeder. So, wir springen erst mal hier runter. Also das sieht sicher aus nach einer guten Idee. Und ich sollte vielleicht nicht so umherspringen. Das ist nicht so eine mega gute Idee. Halt! Wer bist du? Komm langsam näher. Ein Nomade? Wie bist du hierher gekommen? Du hast einen Ebenenantrieb? Dann suchst du... Treibstoff. Ich würde dir helfen. Doch die Insektenwesen greifen an. Irgendwo dort unten müssen ihre Brutstätten sein. Du musst sie zerstören. Ich kümmere mich um die Biester da oben. Die sollen mich kennenlernen. Zerstöre die Brutstätten. Sonst haben wir keine Chance. Voll die Aufgabe. Und was ist das? Ich hab's auf jeden Fall mitgenommen. Hey. Was soll man jetzt wahr? Ich hab's mitgenommen. Sehr gut. Äh. Was bist du? Du bist ein Feuerball. Ich hab schon einen Feuerball. Ich will... Hoffentlich will ich einen neuen Feuerball. Äh. Ach. Uh. Du bist zwei Millimeter zu nah dran. Und... Oh Gott. Ist es jetzt das, was ich denke, dass es ist? Wenn ja, dann möchte ich nicht, dass es das ist. Lass mal hier gucken. Okay. Dann... Springen wir jetzt darüber erstmal. Gefällt mir nicht. Oder ich könnte den Feuerball mitnehmen. Hey. Ich hab ja erst zwei. Uiuiui. Ich hoffe, da geht's irgendwo hin. Ist das ein Secret? Oder muss ich da lang? Ich falle jetzt mal runter. Ich... Äh. Was? Ich hab nicht das Gefühl, dass das so soll. Oh. Jetzt sterbe ich aber. Was? Ich glaube, das sollte so nicht. Was ist denn da hinten noch? Nichts. Ja. Den Sturz überlebe ich natürlich unbeschadet. Ha. Realismus. Das ist noch ein Feuerball. Was hat das Spiel mit seinen zwei Milliarden Feuerbällen? Und... Ja, mein Gürtel ist voll. Meine Hose auch. Aber... Den Jux. Hält schön warm. Jetzt im Sommer. Wo es so kalt ist. Ähm. Wo geht's denn jetzt lang? Ich brauche eine Karte. Und den Kompass. Und die Flugfähigkeit. Das wäre auch toll. Hey. Bin ich jetzt blöd? Das sah jetzt auch sehr sicher aus. Durch den Boden glitschen wir durch. Ähm. Das ist immer wieder schön im Spiel. Muss ich denn lang? Geht's da runter? Nein. Wahrscheinlich nicht. Da hoch auch nicht. Hä? Ich hab das Gefühl, hier geht irgendwas. Bin ich jetzt blind? Ja, bin ich. Hä? Hier ging's auch nicht weiter. Bist du mich verarschen? Bist du mich verarschen spiel? Mhm. Ach. Da. Ich kann da nicht runterlaufen. Doch. Nee. wir gefallen diese sprünge nicht gar nicht die tatsache dass jetzt noch gegner kommen macht die sache nicht besser das ist jetzt weg das gift ja ein gürtel ist voll dann muss ich erst mal ein feuerball leeren und ich war viel mac mit j funktioniert nicht okay es wäre ich kann jetzt den sprengstoff mitnehmen und kann ich hier runter laufen ohne springen spring irgendwie ungern weiß gar nicht liegen kann ich sterbe hier gerade wenn ich das war ja richtig klug wasser wie man es macht so gar nicht jetzt ja schließt doch ich habe kein ich habe kein feuerball mehr wieso ist er jetzt ausgerechnet leer wieso wird meine insel angegriffen soll denn der unsinn da gibt es nicht der sprengstoff hat die insel kaputt gemacht also das kaputt gemacht beschädigt das wäre gerade so absurd das war vermutlich so gut haben wir hier noch irgendwas wir haben hier unten so ein bisschen lebensenergie und nichts weiter interessantes außer ein abgrund der uns tötet zeit mal wieder in einen rein zu springen ich hänge hier fest und hier haben wir noch ein wunderbares item sehr selten wir haben unsichtbare topf der unsichtbarkeit spiel gehen wir mal kurz was sind das baum oder gegner war da nicht doch einer habe ich den getötet ich habe ihn getötet ich bin der meister das ist auch einfach runtergefallen können die runterfallen wie gut ist die kollisionsabfrage was mich der nächste frage bringt kann ich diesen baum da weg sprengen das sieht mir so verdächtig aus antwort ist ja aber es bringt mir gar nichts mag die geräusche antwort ist das keine lebensenergie doch nehme ich nicht auf ich will sterben das leben ist so sinnlos das selbe scheiß wenn ich eben noch ein baum wenn ich auch eine feuerball weg sprengen irgendwie nicht zum glück bringt das irgendwas gibt es irgendeinen baum hier dem auch was ist was glaubst du denn nein nein ich bezweifel stark dass das irgendwas ich hasse die gegner einfach spawnen wir sind nicht da jetzt schon stirb ich meine hier liegen äster rum ich hasse diese hitbox auch zwei kilometer reichweite hat dieses gas ich bin tot der da glaube ich würde ja aber ich muss schon da lang oder ja nehmen wir es mal als ja passt schon was das spielt alter hat mir das ding fast runtergespringen das gibt es gar nicht so katze so kacke so kacke ja ja aber auch immer nicht einfach durch giftgas laufen kannst was soll was ist das ist das jetzt mal ein schiff oder sind das diese viecher ich passe nicht so richtig da durch was sind das für geräusche ich kenne das wenn irgendwas auseinander fallen würde nein 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 ich bin zu langsam kann man nicht direkt laden machen wir es anders hallo ich lege das mal hier hin und dann bin ich auch wieder weg alter es war nicht knapp da war auch großzügig platz bemessen und was macht er da jetzt naja komm her du geile kante jetzt muss ich wieder eine halbe stunde warten was sind das für geräusche klingen das würde ich essen vielleicht esse ich ja heimlich nein aber jetzt was zu essen wäre schon toll jetzt mal so ein bisschen weg gehen du stinkst gut ich auch aber das ist jetzt nicht das Argument und was hatten wir denn hinter diesem Baum nichts meines hellsehenden hellseherkräfte sind hellsehende was lager ich vermisst schon wieder ich sollte endlich aufhören zu jetzt playen es wird immer nur schlimmer ich habe jetzt eine neue grafikkarte ich meine das ist ein guter Zeitpunkt um Machines mal wieder zu pausieren viele finden das bestimmt auch in Ordnung ich meine kann auch jeder verstehen dass ich das pausieren muss ich habe immerhin eine Aufnahme gemacht muss auch mal gut sein da bin ich hochgekommen glaube ich ich sollte unterwegs mal speichern wäre eine Idee dann muss ich den Weg nicht immer wieder laufen aber andererseits nee nee das wäre ja langweilig es wäre viel spannender wenn ich diesen völlig ähm danke diesen völlig spannenden und tollen Weg der dazu führen kann dass ich sterbe jederzeit immer und immer wieder mache was soll schon schief gehen ich versuche immer noch irgendwelche Geheimnisse zu finden es gibt ja bestimmt irgendwo totales tolle Item die geheime Superkanone der Überhanger der spawnt eigene Inseln voll ausgerüstet ich weiß dass mein Rucksack nicht geladen ist ich bin das scheiße dass man das nicht permanent hat alles gut ah hier okay dann hätte ich aber auch da runter gekonnt so und du gibst mir jetzt hoffentlich irgendwas Gutes an Treibstoff wir haben es geschafft ich habe mit den Monstern da oben kurzen Prozess gemacht lauf nach oben zu meinem Treibstofflager ja gab es da oben den Gegner ich wollte doch nur schauen ob man die Tür aufmachen kann offensichtlich nein so wo bin ich jetzt hergekommen wo muss ich hin da bin ich hergekommen jetzt nehmen wir mal den anderen Weg vielleicht finden wir noch ein Haus dass wir in die Luft sprengen können das wäre schon ganz geil ich hab da oben ich bin da fertig das sind keine Gegner das muss ich mich verarschen spinnt wohl da oben ist alles sauber da habe ich Staub abgeschnuppt so komm schon ach leck mich doch so wo kommen die Nächsten das ist mal Gesundheit auch wenn vielleicht hätte ich mich auf der Insel mal heilen sollen nimm das auf dann bist du tot das überrascht mich das nicht vielleicht soll ich doch erstmal auf meine Insel jumpen komm ich von hier auf die Insel schwierig glaube ich ich schwere dich Sprengstoff ist ein bisschen zu langsam okay hätte ja funktionieren können ja schön gewesen aber ich habe zwei damit sogar gekillt oder die haben sich selbst gekillt ich tue jetzt einfach was so als wenn meine Idee brillant gewesen wäre und ich damit zwei Gegner gekillt hätte aber gut dass der hier oben aufgeräumt hätte stellen wir vor hier wäre ein Gegner das wäre irgendwie scheiße kenn ihr das wenn ihr aussehen immer die irgendwie die rechte Maustaste drückt und damit irgendwelche Gespräche manchmal überspringt die ihr anhören wollt oder einfach mal so springt ja der Treibstoff ist naja das übrige ist du da hinten rum kann ich bitte fliegen dürfen das wäre irgendwie geil jetzt speichere ich mal im 2-Minuten-Takt ist mir das gespeichert lügen es jetzt aus als wenn es mir was geben würde hmm kannst du eh nicht mitnehmen das ist durchaus richtig ah nein die können auch richtig nicht darunter springen macht es jetzt aber auch nicht einfacher nimmst du nicht mein Sposin doch es wird knapp vielleicht soll ich mich erst nach den Gegnern umschauen und dann gucken ob auf die Insel auf die ich scheinbar gar nicht komme noch irgendwas ist ach nö Gegner ich habe noch so viel Lebensenergie und ich kann ja auch jederzeit auf meine Insel und sie auffüllen was war das nix nix geh einfach weiter was soll schon schief gehen du hast gerade den Treibstoff in die Luft gesprengt Mission vorbei Game over war ich das das mal alles ramponieren was meine Insel zerstört ist da hinten noch mehr oder nur dieser Feuerball Ach ne der Feuerball Ernst das jetzt Ja geil Ja richtig geil Das hat sich ja mal richtig gelohnt Habe ich gespeichert